Start frei 100 Meter bis zum Start Teilnehmer Ab Ums Kommando bemächtigen sich hier gleich einige Teilnehmer von innen JS Capital Hill Daneben sieht man auch Diva Starling Dahinter an der Innenkante Poppea Dann sieht man Totorian von weiter außen Fiorino Octon In Führung JS Capital Hill Außen kommt Fiorino Octon weiter Daneben sieht man Diva Starling Vor Poppea Dann sieht man Totore Andover Mo Royal Balou MS Zeus Der hier zurückgenommen wird Vicky Venus Und den Abschluss des Fälles Macht hier Mann imig Während hier Happy Boy Ein wenig den Start versäumt hat In Führung sieht man JS Capital Hill JS Capital Hill An der Innenkante In Führung Dahinter Diva Starling An zweiter Stelle An der Außenkante Sieht man Fiorino Octon Vor Totore Andover Mo Poppea Dann Royal Balou Vor MS Zeus Mann imig die innen weiterkommt Und den Abschluss macht Vicky Venus Und Happy Boy Alles ziemlich unverändert In Führung JS Capital Hill Daneben begleitet von Fiorino Octon Dahinter sitzt innen Diva Starling Fest Außen sieht man Totore Vor Andover Mo Poppea Und Royal Balou Der hier einen Fehler begangen hat An der Führung JS Capital Hill Begleitet von Fiorino Octon Nach wie vor Dann an dritter Stelle Sieht man Diva Starling Vor Totore Außen kommt nun Eine Attacke Von Andover Mo Und ihnen noch Poppea Die vier Teilnehmer Die Führenden Haben sich ein wenig abgesetzt Vom Rest In Führung Sieht man JS Capital Hill Der Außenseiter Er wird bedrängt Von Fiorino Octon Und in dritter Spur Nun von Totore Innen JS Capital Hill Daneben Fiorino Octon Der vorbei scheint Dann kommt auch noch Totore Ein Dreikampf um den Sieg JS Capital Hill Vor Fiorino Octon Und Totore Das Rennen geht an Totore Vor Fiorino Octon Und JS Capital Hill Um den Sieg Zwischen Programm Nummer 7 Und Programm Nummer 6 War es ziemlich eng Aber ich schätze Es war Programm Nummer 6 Totore Totore Fourth drag Musik всех Fan jud